und die 4.0 bike rollt auf die 2.9 und startet speeder live, 60, 65, 70, 75, rotate und die 4.0 bike rollt die Platzrunde in südlicher Richtung, tschüss radar, good morning, november 1340 november 1340, hallo november 1340, columbia 400, just airborne in Bonhangela Interquest IFR, pick up and first IFR pick up point is Bitbu november 1340, contact, columbia 400, and squawk 4124 november 1340, here to papa Oskar Sierra, first point is Bitbu as filed, climb flight level 100 and IFR start passing 5500, 4.0 bike korrekt november 100, confirm your requested flight level is 190 is 210, november 1340, order eins sittend ett 1 6703 Das ist ein recht unspektakulärer Flug, mit schönstem Wetter, keinen signifikanten Wolken, wenig Wind von hinten oder von vorne, mehr von der Seite. Interessant ist dann sicherlich nochmal der Anflug auf St. Bonnet in Mallorca. Wenn wir ab der Insel auf 1000 Fuß oder drunter sein müssen, bleiben müssen. Darüber ist der Luftraum Alpha und der Flugplatz im FAA. Insofern müssen wir halt wieder mal anfliegen und außerhalb des Luftraums Alpha bleiben. Auf der Unicom Frequenz geben wir Blindmeldungen ab. Wir werden uns dann in die Platzrunde, die strikt nördlich ist, weil südlich ist direkt die Kontrollzone. Insofern führen. Andern und selbstständig dann einen Parkplatz suchen. Und den Flugplan schließen wir mit der Palma Operations Rufe. Und da sollte eigentlich den Boden aus funktionieren, dass wir die dort erreichen. Sonst müssen wir anrufen. Sollte es noch irgendwelche interessanten Entwicklungen auf dem Flug geben, dann melde ich mich nochmal. Alternativ sehen wir uns kurz vor Mallorca wieder. Bis dann. Auf dem Flug. Wir fliegen jetzt die ganze Zeit an den Alpen vorbei. Schöner Ausblick haben wir gerade. Lufthansa 11, Juliette, Kontakt, Provence 30.880m. Lufthansa 11, Juliette, 12.880m. Und links haben wir einen wunderschönen Blick die ganze Zeit auf die Skyline der Alpen. Nr. 1340m. Continue descend on the station to be 1000 feet or below above ground. Once over the island. TNH is 1019er. And maintain visual contact with the ground. No visual traffic reported on your route. Palma Good Day. Nr. 1340m. Hello. Radar Kontakt. 5.5m. Nr. East of Papa. Oskar Sierra. Altitude 3400 feet on descent. Nr. 1340m. 5.5m. Oskar Sierra. Altitude 3400 feet on descent. Nr. 1340m. Nr. 1340m. 0.5mm to 25,000 feet. Tchaik light. Nr. 1340 Mike, Palma. Nr. 1340 Mike, go ahead. Nr. 1340 Mike, mit Pomponet inside. You may contact 123.5. Leading Frequency and contact 123.5. Gracias, Nr. 1340 Mike. Nr. 1340 Mike, mit Pomponet, mit Pomponet, mit Pomponet, mit Pomponet, mit Pomponet. Nr. 1340 Mike, mit Pomponet, mit Pomponet, mit Pomponet. Nr. 1340 Mike, mit Pomponet. Right base, Nr. 23, Nr. 1340 Mike. Nr. 1340 Mike, turning final, Nr. 23, Nr. 1340 Mike. Nr. 1440 Mike, mit Pomponet, mit Pomponet. Nr. 1440 Mike, mit Pomponet. Nr. 1440 Mike, mit Pomponet.